Bei der Heizung haben wir auch Gasheizung und mache ich nur Bad und Wohnzimmer und dann aber nicht auf volle Pulle. So wenig wie möglich mache ich Licht an und naja, also wasche mir die Hände nicht mehr mit heißem Wasser. 90% der Hände haben die Möglichkeit, die Energie zu reduzieren, aber die meisten wissen nicht, wie es und sie haben viel Energie zu reduzieren. Mit der Temperatur zu reduzieren, nur um die Temperatur zu reduzieren, ist auch sehr wichtig. So, in den Schweren oder in den Schweren zu reduzieren, wenn es um Elektrizität zu reduzieren, LED-Lights, Energie-Effizienten und ECHO-Programmen müssen. Das sollte standard sein. Und das ist sehr wichtig. 2. 2.